Die Drachenfeste ist zauber. Der ist da reingegangen und hat dann umgebracht. Weil die mich angegriffen haben. Warum hab ich keinen umgebracht, das war alles innigo. Warte mal, jetzt kann ich hier doch stehlen, wenn hier keiner ist, ne? Ja, wenn du nicht gesehen bist. Ich bin hier irgendwie manchmal versteckt und manchmal da nicht. Ich weiß nicht, woran das gerade festgemacht wird. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Fuck you, Pharenga! Ich mag ja nur eine Dienerin und ein Fürsten sein, aber ich nehme meine Pflichten mindestens genauso, als wenn ihr in der Hand seid. Wir werden mit allem fertig. Hallo Dagny! Oh Gott, guck mal, was das Kind für ne Waffel hat. Siehst du das? Das rechte. Und wieder ein Wanderer, der die Tüte meines Vaters lecken möchte. Damit hat er mich eben angegriffen. Trust me, es wird ihm sein, die alles lecken. Was? Geh und spiel mit den Dallis, wie ein guter kleiner Junge. Oh, die disst das Kind. Oh Gott, was passiert jetzt? Einer der neuen Servanten? Erinnerst du, dass ich mein Fleisch rarer mag. Das wird dann schön, wenn wir irgendeine Quest haben, wo wir mit denen reden müssen. Das wird wunderbar. Da laufen locker 20 Leute hinter mir her. Gut. Die ohne Grund Wut auf mich herabend. Weil wir einen, weil wir einen Roadtrip nach Markov oder keine Ahnung wohin. Das ist ja schon wieder richtig coole Wölfe. Dasselbe Zahntjäger. Da regt es sich schon wieder ein Gefangener-Konvoi. Konvoi. Ein Gefangener-Konvoi. Die greifen uns an. Greifen dich an. Ihr seid keine Gefangenen mehr. Ihr seid frei. Das sagen glaube ich keine Gefangenen, das sind dann einfach nur Farmer. Ja. Dann tut es mir leid, dass ich eure Begleitung ermordet habe. Warum ist der so grün? Ich habe den umgebracht, weil ich den die ganze Zeit nur auf sein Schild geschlagen habe. Gut. Waren das alle? Ne, hier ist doch alle. Ihr gehört mir. Den fand ich gerade gut mit seiner, äh, mit seinem Move. Nein, hier ist niemand. Gut. Du wirst Indigo nie wieder sehen. Ich fände es toll, wenn der Ingo heißen würde. Warum? Weil das einfach so klingt, als hätte der ein Ohrring. Warum greifen uns jetzt die Talmor an? Vielleicht Talmor A-Fläche sind. Human Heart. Warum hat denn Human Heart? Warum nicht? Warum ist hier Gefangener Talmor? Ich habe den Kurier getroffen. Hallo Kurier. Hallo Kurier. Oh Gott. Natur. Pferd. Durchsuchen. Pferd. Durchsuchen. Hm. Horsemeat und Pferdefell. Das wird auch wieder Jahre dauern, bis wir da ankommen. Oh Gott. Ja. So. Ja, spring einfach über den drüber. Hä? Ist ein Wolf. Du schlägst auf den ein. Nein, ich habe hier gerade so eine Killcam, wo ich auf dem Boden schieße, wo nichts ist. Und der Wolf rennt weg. Der Iron Club sieht auch toll aus. So ein Mini-Teil. Kannst du hier in den Arsch stecken. Ich meine, es gibt eine Mod, dass man mit essen will oder so rum. Ich habe jetzt gedacht, es gibt eine Mod, wo du dir wirklich die Waffen in den Arsch stecken kannst. Ihr seht nicht sonderlich gut aus. Ist alles in Ordnung? Ach, geht. Kommen wir gern. Guten Tag. Das Kind? Ich habe es tot. Ist umgefallen ohne Grund. Ich habe den Schlagen. Was habe ich da gehört? Jetzt ist alles klar. Warum liegt da jetzt eine tote Frau? Ich habe mich umgebracht. Worauf schlägst du ein? Bei mir ist der der Typ. Bei mir ist der Typ da auch, aber den interessiert es nicht. Aus Alt-Roldan hat noch geöffnet. Bitte schiebt er nicht. Habt ihr von Aventus Aretino gehört? Er ist ein kleiner Junge und wohnt in Windhelm. Angeblich versucht er Kontakt zur dunklen Bruderschaft zu bekommen. Also gut. Er hat mir was über das Kind erzählt. Er braucht etwas. Warum hat das Kind jetzt nochmal gesagt? Keine Ahnung. Ich habe sie begehört. Was passiert, wenn ich den Typen angreife? Keine Ahnung, aber ich habe Kinderkleidungen angezogen. Ich sehe es. Geh mal aus dem Weg. Okay, jetzt hat ihn nicht interessiert, dass ich ihn in den Kopf geschossen habe. Ich habe einen Pfeil im Kopf. Gut. Hallo Kurier. Kurier? Wo? Ein Brief vom Jarl. Ich sehe keinen Kurier. Wo ist hier ein Kurier? Da ist ein Kurier. Oh, der hat nach mir gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch versucht. Er redet gerade mit mir. Lass mal sehen. Ah, ein Brief vom Jarl. Ein Brief vom Jarl. Auf dem Weg nach oben, wie? Das war's dann wohl. Ich muss los. Alter, wir können jetzt ein Haus machen. Nein, tut mir leid. Nichts. Der muss los, sagt er mir. Genug. 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 Das ist falsch mit ihm. Genug. 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 Ihr habt gewonnen. Kuria hat dich bereits geschnappt Der ist tot, aber er lebt Genug, genug Ist da jemand? Er lebt wieder Hör auf wegzurennen, Leiche Bei mir ist der komplett lebendig Bei mir ist der im Boden so halb Gut, dann rennt die ganze Zeit weg Anyways Gnade, sagt er und geht ins Wasser Rockwabler-Eck Ja geh doch aus dem Wasser raus, da musst du nicht schreien Wir sind verloren Wir sind verloren Essen Wacholder Wacholderbären, die haben die größte Durchschlagskraft Was? Nein, das sind die Verfolgerbären, aber gut Und außerdem sind das nicht die Verfolgerbären, die die größte Durchschlagskraft haben Das ist die Goldbeere Oh hey, wir haben unser Ziel erreicht Und was machen wir dort Ja Keine Ahnung Habe ich grad mein Springsteen Habe ich grad mein Springsteen-Boat zu nem Barren Ja in der Nacht Gut Warum kann man das? Hahahaha Hahahaha Wieso nicht? Hahahaha Jetzt kann ich wieder nen neuen Bogen holen Dann wiederum ist es wahrscheinlich besser für das lokale wildleben wen greift er da jetzt schon wieder an den typen der leben in der stechung geschworen hat kitu margretz haus bier wo müssen wir jetzt sind kommt darauf an wollen wir die quest die gefängnis quest machen wollen wir die kann die blisteres quest machen uns was essen nach wollte kann überlesen ist christ wir haben entdeckt dass einige der toten gegessen wurden fleisch wurde abgenagt und knochen wurden zerbrochen um an das knochenmarkt zu gelangen bisher haben wir noch nichts und niemanden erwischt es ist als wüsste der täter war nicht da bin wenn ihr die angelegenheit ergründen könnt wird euch die priesterschaft von arkay belohnen nehmt meinen schlüssel und seid vorsichtig ich glaube ich kann mich hier dran erinnern ich spüre den hunger in euch wenn das nicht übergeteilt wird kommt auf schucke ihr seht die toten und euch läuft das wasser im munde zusammen euch knoht der magen schon gut ich werde euch wegen dem was ihr seid nicht meiden bleibt ich werde euch alles sagen was ihr vergessen habt was hier ist die tür wir jetzt hier einfach nur grundlos reingegangen wie genau war das noch wohl ich glaube ich glaube wir müssen da drinnen irgendwas finden wir sind ruiden ja ihr wart jung als ihr zum ersten mal was warum quatsch ich jetzt irgendwas an nicht viele würden nach stahl und blut riechen blittlings in einer drüge in der rauch hat die vorher bei mir auch schon aber ok aber habt keine angst nein ich werde hier gerade angequatscht so wirklich ich hänge in der dingens ich spüre den hunger in euch ich sehe nur niemanden ok was kannst du denn sagen das geschult wovon redet ihr da ich bin kein kanibale was wollt ihr mir antut eure tricks werden warum hast du warum ist das bitte beglitscht schon gut ich werde euch wegen dem was ihr seid nicht meiden bleibt ich werde euch alles sagen was ihr vergessen habt also jetzt wurde ich angeredet greift ihr an was war das ne die ist freundlich die sagt ihr hättet nicht herkommen sollen ist da jemand was war das was war das der hat weg oh nein das kommt nicht in frage und ist da jemand oh nein das kommt nicht in frage die hauen einfach ab hast du den dialog mit der gemacht oder ja ich habe gesagt ihr könnt eure tricks vergessen jetzt ist die rausgerannt was jetzt hast du die quest bekommen ich bin ich müde ja und die quest äh the taste of death hast du die bekommen ich glaub nicht ich glaub nicht ihr redet mir jetzt schon wieder davon alles folgt gut dann sag einfach ja brudi ich mach gut ich kann nicht ja sagen jetzt sagt ihr wieder ist da jemand gut ich stehe hier die will gegen mich kämpfen ich bringe die nicht um aber meine begleitung dann geh ich kann nicht gehen die ist tot aber ich kann die bestimmt wieder beleben die ist wieder hell die liegt hier rum die leiche die leiche liegt hier rum und bewegt sich das kann ich nein die kämpft gerade gegen die äh leute warum zeigt der mir an ich soll hier rausgehen um den Typen zu finden weil er hier belassen ist nein den Typen ja der ist für die Boston wo ist der hier in der Halle V schon wieder tot ja jetzt ist die wieder normal alle kämpfen gegen dich alle kämpfen gegen dich wo ist der scheiß Typ wie gesagt bei mir steht der da im Wasser rum sollte der da im Wasser rumstehen keine Ahnung das tut er halt bei mir wie soll ich den Typen jemals finden keine Ahnung wird der gar nicht angezeigt oder wie im Moment wird der mir draußen irgendwo angezeigt wird mir außerhalb von Markert angezeigt der ist angeblich der ist angeblich äh wo ist der irgendwo in irgendeiner Höhle oder achso wegen meiner Quest wegen der Kalibismus Quest soll ich da hin ich glaub dann müssen wir sowieso hin für die Quest ich werde dann zum Kalibalen dann gehen wir da hin da ist ein Gegner wir greifen irgendwas an Das Spiel ist hängen geblieben, ist abgestürzt. Gut. Warum liegt hier ein Toter? Gott. Gott, dich schon wieder. Guck mal hier noch mal einen Bogen holen. Lass mich nicht an. Ist das alles, was du fennst? Ja. 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 Ich frage mich, wie lange es dauern wird, bis die hier alle Wachen umgebracht hat. Weil das wird ja zwangsläufig passieren. Naja, ich beende, glaube ich, hier mal die Folge. Während wir hier den Krieg beobachten. Wird schon irgendwie. Tschau. Das war's. Vielen Dank.